Jetzt fehlt nur noch Valley of Serpents und Legendary Heroes. Dann haben wir die Masterquests hier, die beiden. Darkness Falls war ja wirklich nicht ganz so schlimm, außer dass die Warbees ständig gekommen sind. War aber lustig mit den Goblins. Dann die Valley of Serpents. Sie offerten ihre wärmste Grüße und haben eine Allianz mit uns mit der Hoffnung, um die Verkaufung zu verbessern und die Relationen zu verbessern. Auf einer weniger liebsten Noten hat es ein Gespräch zwischen den Merchanten. Sie sprechen von Schirmaschen mit einem körperlichen Angriff auf der distanten Boundary der Elfenlande. Vielleicht sollten wir unsere Gefahren vorbereiten machen, ob diese mehr als unfeindliche Räume sind. So, um, if you lose all Elfen Bungalows, you lose this quest. You are restricted from placing Elfen Bungalows, as it's up to your Elfen neighbors to decide, when and where to place them. Many citizens refuse, refuse to settle in these twelve rallies. Hence, much of your normal infrastructure, such as general housing, sewers and broken sewer mains and graveyards, will not appear. Das ist gut schon mal für uns. Also ja, da ist der Elfen Bungalow. Our magic bazaar now offers fine new elixirs, your majesty. I serve with pleasure. Your highness, the palace renovations are finished. So, gehen wir schon mal ordentlich. Our magic bazaar now offers fine new elixirs, your majesty. Ach, hier sind ein Haufen Leute versteinert, wahrscheinlich durch die Snakepizza. Your majesty, a new building is complete. Your majesty, a new building is complete. Your majesty, a new building is complete. An ill wind blows me. Majesty, the local blacksmith offers new services. Your majesty, a new building is complete. Let the grilla help. More gold, your majesty. Das da ist jetzt gerade nervig, dass da der Medusa ist und jemand was gegen die machen möchte. Your majesty, a new building is complete. In the name of the sovereign. Majesty, the local blacksmith offers new services. So, ich hab zwei Markets. Ah, da ist eine Medusa. Ah, so eine Gorgon. A contingent of travel-wary elves has entered your realm. The formerly requests Asylum from the Snakes. A contingent of travel-wary elves has entered your realm. Long live the elf. Not five. Oh, I know. Tax collector. This is not no fun at all. Your highness, we've improved the guardhouse. In the name of the sovereign. In the name of the sovereign. And done. I'm melting. I'm melting. A threat. I'm melting. Hm. Let the grilla help. Ich glaube, ich werde restarten. Denn ich habe das Ganze wieder ganz falsch gemacht. soll es dafür dieses встречieren. Ich brauche mir erst den Blacksmith. Ich das Gemein. ja die elfenlaunch hier die muss ich beschützen sonst ist game over ihr majesty ein new building is complete our magic bazaar now offers fine new elixirs your majesty hi ho your highness the palace renovations are finished majesty the local blacksmith offers new services So, ich brauche einen Doris-Tempel und ne Warrior-Gilde. Your Majesty, a new building is complete. Majesty, the local blacksmith offers new services. Our magic bazaar now offers fine new elixirs, Your Majesty. Your Majesty, a new building is complete. Your Majesty, your marketplace now serves you better. So, den zweiten Marktplatz hätte ich auch gerne schon mal. Hier unten, da passt er gut hin. Your Majesty, a new building is complete. Sovereign, your marketplace now serves you better. Your Majesty, a new building is complete. Sovereign, your marketplace now serves you better. Sovereign, a new building has been upgraded. Mehr Ranger. Your Highness, we've improved the guardhouse. Your Majesty, a new building is complete. So, wir können Paladine. Your marketplace now serves you better. More gold, your Majesty. Your Majesty, a new building is complete. Wir können Paladine, das ist immer gut. Da kommen die Elfen. Sovereign, a new building has been upgraded. Sovereign, a new building has been upgraded. Sovereign, your marketplace now serves you better. Ja, die Medusen haben wieder fast keine Chance. Die Medusen, wir haben verbessert das guardhouse. Sovereign, ein building has been upgraded. Let the blood help. The unprovened... Das, da unten, gefällt mir nicht so sehr. Ja? Energy of Light! Doros has spared you. But now... The unprovened... Your Majesty. More gold? The day has lost, Majesty. But there's always tomorrow. Wann? Wann ist da die Armee aufgetaucht? I serve with pleasure. Ich hab das grad echt nicht mitgekriegt. Tax collector. Your Majesty. Your Majesty, a new building is complete. More gold, Your Majesty. Your Highness, the palace renovations are finished. Ich würde am liebsten meine Warrior-Gate da oben hin bauen, aber bis da einer ist zum Bauen. Tax collector. Your Majesty, a new building is complete. Your Majesty, the local blacksmith offers new services. Hold your Majesty. Your Majesty, a new building is complete. Sovereign, your marketplace now serves you better. Tax collector. Ich hätte jetzt nicht erwartet, dass da so ein riesiger Angriff so schnell kommen würde. Marketplace now serves you better. Your Majesty, a new building is complete. Our magic bazaar now offers fine new elixirs, Your Majesty. Our magic bazaar now offers fine new elixirs, Your Majesty. Be чистaya,альных degrees. Wir sind alsof tutaj." inspires un und DES palabra, Your Majesty. Auf an 소리 av right hier. Frau WANG.